Hier zurück, ja, AdWords wird drei Monate fehlen, warum? Ich habe ein Spiel vergessen aufzunehmen. Also vergessen, es ist weg, Dieter da, ist aber jetzt egal. Wir haben verloren, ich habe mit der BF Versegel schon, bla bla bla, konnte nicht schon, AdWords hat sich verletzt und haben 2 zu 0 verloren. Das war, ich möchte das eigentlich vergessen. Ja, wir sind jetzt noch in der Tabelle Nummer 8 Punkte vorne, also es... 4 vom zweiten auf jeden Fall noch mal. Gut, wir haben jetzt ein paar von uns jetzt. Ja, Moxie hat auch gespielt, hat aber schlecht gespielt, also, wenn der jetzt spielen will, dann haben. Da stimme ich ganz und gar nicht zu. Zu Gast bei Lincoln City. Okay, ja, also... AdWords mit AdWords fällt schon ein Mittelfeldspiel aus, der Pilo was drauf hat in der Offensive. Das ist halt das Einzige, was blöd ist, aber die Laie würde mittlerweile auch enden jetzt. Genau. So. Los geht's hier. An der Cone Lane. Palma. Ja, wir machen einen anderen Gohle. Trink, Kapitän Williams, habe ich mal spielen lassen, war relativ sicher. Bei beiden Gegentoren konnte er wenig dafür, ich meine das 2.190. gefallen. Bei einem Konter, wo schon alle vorne waren, gerade ein Gohle überhoben, weil ich rausgekommen bin mit ihm. Würde ich aber den Gohle jetzt keine Schuldzuweisung machen. Ja, an sich war das letzte Spiel, wir haben viel Druck gemacht am Anfang. Sie haben in der 13-Minute-Grechts-1-0 geschossen. Dann war wenig zu sehen, eigentlich von ihm, wir haben Druck gemacht, aber nie wirklich den Abschluss gefunden. Immer geblockt oder Ecken. Jetzt muss man uns konzentrieren, Lincoln City, erste riesengute Aktion, Bostwick, hier im FA Cup. Fehler. Bis auf Hohenbohnen müssten hier alle ausgeruht sein, dann, er musste ja dann leider hinein. Lincolz City. james sweeney zu einfach das mit dem ball da auch weg nächster volker weg meckle du zwar bostrick 1 0 25 minuten es ist unglaublich man ssg mecklein so ungefähr war es im letzten spiel auch mit blocken und ich bringe bei nicht so eine tolle chance schön weitergeleitet von kai post weg was wir nie stark broseneck 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 was war das bitte broseneck das war nicht aber ein schützchen das war ein paar nicht aber ein passen pass ist härter und 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 gut leute 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 das geht so gar nicht das ist anschaut was er macht zumindest er kann da hinten rechts gar nicht mehr fast das ist englische wochen arnolst zwar auch nichts 100 prozent der pässe kommen anders bin ich bin also jetzt wirklich sehr stark aber wir haben doch sehr schwach das ist und wer soll zu diesem pass kommen folgendes machen wir wir holen jetzt kein kilo rein stadt mini und tauschen die bleiben positionen dann keine kann von hinten vielleicht bildung den balsch machen james auch 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 Schäfer Lincoln City hat alles in der Hand jetzt. Daheim, 1-0 in Front, 20 Minuten noch. Das meine ich. Warum soll der da so reinrennen, wenn er rausrennt? Wittag gegen Viertelig ist da auch noch auszuscheinen jetzt. Ja, Michael Linder muss doch weiter nach hinten ein bisschen, wenn da keiner auf der Seite ist. Busch, du Depper, das war jetzt wieder Glück. So. James. Taylor. Rosemek. Taylor. Abseits, abseits, ich glaub's nicht. Abseits, das ist ja Ungarn, ich war abseits, Mann. Ich hab schon Prosenek hinten draufhauen. 10. Das gibt's echt nicht, das gibt es nicht. Prosenek. Schön, Kai. Kai. Prosenek. Prosenek, das gibt's echt nicht. 85. Minute. Da geht nichts rein. Gar nichts aber auch. Auf 말�imbus. GB capitalize, ein guaranteed round of applause für heute's Mann-of-Match. Nächster, Nummer 10, Matt Green! mal geht zu 2 stange wieder mal ist es denn ernst das verkonto gewesen mann ja das bringt nichts verloren nicht mit schonen aufgegangen die taktik nicht amal geschont ja man verliert es ist so man hat in der liga verloren man muss sich jetzt auf die liga konzentrieren ja das eine spiel noch check it way trophy vielleicht dass man sich da rein auch dass man einen titel hat auf jeden fall und sonst zählt nur der aufstieg das ist enttäuscht ja frage mich ich bin auch enttäuscht wir sind rausgeflogen das ist jetzt ganz bitter für mich ich weiß nicht dass es sehr ehrlich also er weg hat das lincoln city am viertel g ist okay die können wir auch noch biegen aber wir haben es nicht geschafft sie zu biegen jetzt haben wir noch zwei liga spiele dann ist die hinrunde vorbei dann geht es in die rückrunde das ist das finale swinton town ansonsten haben wir am fünften mal unser letztes spiel das sind jetzt noch ab boah aber bis dorthin hau uns rein macht es gut und ciao